Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Füller Review hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Heute möchte ich euch gerne einen Füller vorstellen, von dem ich eigentlich auch schon zwei Reviews gemacht habe, allerdings in einer anderen Version und dieser Füller hier ist auch einer von den Füllern, die Sammler und eigentlich auch Liebhaber von der Farbe, muss ich sagen, ja so ein bisschen so ins Auge geworfen haben und zwar ist das jetzt hier in dem Fall der Lamy Studio All Black. So, All Black heißt ja im Prinzip nichts anderes, dass alles an diesem Füller hier in schwarz gehalten ist, also der Clip, ja die Kappe hier, der Korpus hier hinten, der Arsch, ja quasi und vor allem auch der Griff, der Griff ist schön, ist schön, ja gummiert oder, ne nicht gummiert, also ist anders als jetzt hier zum Beispiel bei dem, beim Lamy Studio, beim Lamy Studio hier Brush Stilwohl, doch, doch, ist dasselbe Material, doch, ja, Tatsache, ja wirklich, also es ist, es ist wirklich so, das Material ist, ist an beiden Füllern gleich, kommt schwitzigen Fingern sehr, sehr zugute, ja, kann ich auch gleich den Vergleich zeigen zu einer normalen Feder und der des, des All Studios, ach Quatsch, das All Black Studio, All Black, nämlich hier rechts, diese, ist auch eine gestinkt normale Stahlfeder, also eine gestinkt normale Stahlfeder, nur halt eben, äh, in schwarz gehalten, ja, so, und ansonsten, ist es eigentlich, äh, ein stinkt normaler, ein stinkt normaler Lamy Studio, ja, also, ähm, das heißt, es ist auch ein, 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 ein Patron, Patronfüller, ja, ich habe jetzt hier in dem Fall, ich habe jetzt keinen Konverter dazu gekauft, ich habe jetzt hier einfach eine meiner Lieblingsfarben hineingetan, also halt eben hier Lamy, Lamy Türkis, eine wunderschöne Farbe, gefällt mir ja sehr gut, ich bin in letzter Zeit ziemlich auf Blautöne, äh, fixiert, ja, und ansonsten ist es halt auch ein Füller, der, wie schon gesagt, gerade unter, unter Sammlern, äh, ja, begehrt ist, weil es auch so eine limitierte Edition ist, ist auch nicht ganz billig, muss ich sagen, ich meine, der kostet so zwischen 60 und 90 Euro oder so, also nicht ganz billig, aber halt eben auch, ja, mehr oder weniger ein Sammlerstück. Ich bin ja selbst kein Sammler, äh, von daher, ich benutze ihn auch ganz gerne, ja, möchte ich natürlich auch gleich einmal, wenn ich schon dabei bin, so einen kleinen Größenvergleich zeigen, oder generell einen Vergleich zu anderen Füllern, ja, ähm, also, erst mal hier noch so ein paar Studios, die ich jetzt hier noch hier so rumliegen habe, der Lamy Studio Aquamarine, dann der Lamy Studio in, ähm, Racing Green, dann habe ich hier noch einen Tintenroller, einen Tintenroller von, sieht übrigens so aus, ja, der Lamy Studio als Tintenroller sieht dann so aus, äh, in, äh, in blau, und dann habe ich ihn hier auch schon ein paar Mal vor die Kamera gehalten, der Lamy Studio, äh, Brushed Steel, ja, auch wunderbarer Füller, schöner Füller, ja, und ich muss sagen, dadurch, dass der, dass das der All Black, ähm, denselben Griff hat, der sich genauso anfühlt wie der vom Brushed Steel, äh, schreibe ich mit dem ganz gerne, ähm, was ich aber auch dazu sagen kann, ist, dass, ja, nur mal so kurz unterbrochen, ne, ich zeige jetzt noch gleich ein paar andere Füller, die Feder selber, ja, also es gibt ja Lamy Federn, die sind wirklich hervorragend und Spitzenklasse, ich muss aber sagen, dass in letzter Zeit bekomme ich immer häufiger, ähm, Lamy Füller geliefert oder wenn ich sie kaufe, äh, im Laden, die Federn, ja, also die, 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 die Federn scheinen mir persönlich in letzter Zeit, dass Lamy nicht mehr so sehr auf die Qualitätskontrolle achtet, ähm, denn viele von denen sind einfach schlecht poliert, also schlecht, äh, schlecht geschliffen vorne hier auf dieser Iridiumspitze und dann kratzt das so ein bisschen, ja, und das ist, ist nicht schön beim Schreiben, ja, und es ist, diese, diese Feder ist, ist davon leider auch betroffen, ja, also wer den Füller nur in die Sammlung aufnehmen möchte, da ist es eh scheißegal, wer den Füller aber auch benutzen möchte, da sollte man vielleicht noch einmal gucken, dass man den Füller direkt vor Ort mal antestet, bevor man ihn mitnimmt oder halt eben selbst ein bisschen bearbeitet, ja, so jetzt für meinen Fall, also hier in dem Fall, ja, es kratzt schon, aber es ist noch okay, es ist noch in Ordnung, ja, also von daher gebe ich jetzt auch keinen, 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 ähm, Alarm oder so, weiter im Größenvergleich, ja, vielleicht noch mit ein paar anderen schwarzen Füllern, dann hier der Lamy 2000, dann einen Diplomat Excellence A+, ein Faber-Castell Essentio Black Leather, Leather, Whisby Eco, und der kleine im Bunde, der Pelican M200, ja, oder vielleicht noch mit ein paar anderen Füllern, noch so ein paar, nämlich hier einmal der Lamy Allstar in der Copper Orange Version, dann einen Benu Briolette Saphir, ja, und weil er hier auch noch gerade rumliegt, ein Benu Chameleon, in der Version Happy, ja, dann kann man hier noch einen Twisby Bag 700 mit dazu legen, und ja, warum nicht, komm, ein Twisby, Twisby Go, ja, so, so viel zum Größenvergleich, ja, das heißt ja immer, es kommt auf die Größe an, manche sagen, es kommt auf die Technik drauf an, das kann sich jeder selbst ausdenken, wie er will, ja, okay, im Übrigen auch natürlich, ne, wie die anderen Studiomodelle auch, die Kappe lässt sich sehr gut aufkäppen, mit diesem, ja, weiß nicht, ob man das hört, das ist dieses, dieses Geräusch, also man hört, es knackt, irgend so ein bisschen, es rastet ein, und damit hält dann auch quasi die Kappe Bombenfest, also so schnell geht das nicht ab, ne, so, okay, also, Schreibtest, ein kleiner Schreibtest, ein klitzig, ein klitzig, kleiner, winzig kleiner Schreibtest, mit dem Lamy Studio, All Black, ich habe jetzt hier eine Medium Feder drin, die Tinte ist stinknormales Lamy türkis, ja, also, na, und da hört man auch gleich, dass, dass, dass die Feder so ein bisschen, so ein bisschen kratzt, ja, also wirklich zum Herumspielen nicht gedacht, ist wirklich ein, ja, also, wenn man, wenn man die Feder austauscht, sollte man vielleicht auch, und ich muss auch sagen, ich finde ja, dadurch, dass das, dass das, dass das hier so ein, ein, ein spezieller Füller ist, so eine Limited Edition, in einer wirklich tollen Farbe, ähm, muss ich ja sagen, der, also, der Füller schreit ja förmlich danach, mit einer schwarzen Goldfeder versehen zu werden, ja, einfach, weil es, weil es optisch schöner aussieht, weil, weil er den Füller vielleicht auch ein bisschen hochwertiger macht, oder wertvoller macht, ja, vor allem aber auch edler, ja, generell würde ich auch sagen, es ist eher so ein Füller, ja, der Lamy Studio ist ja jetzt auch nicht unbedingt bekannt, dass er, also, nicht unbedingt bekannt dafür, dass es ein Schulfüller ist, ist eher so ein Füller für, ja, Erwachsene, und, ähm, ja, mit der, mit dieser Farbe schon alltagstauglich, ja, für Leute, die, die ein Zaggo tragen und Hemd mit Krawatte, äh, sieht auch schon schick aus, stylisch aus, ja, vielleicht neben einem Mont Blanc oder einem Pelican M1000, oder, 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 ja, so. Ähm, ja, mal so einen kleinen Satz, mal wieder nix, ja, heute bin ich ein bisschen kreativlos, deswegen schreibe ich einfach mal hier, äh, ja, ja, so von der Feder ist, was, was so dieses, dieses durch, dieses durchlässige angeht, mit der, mit der Tinte, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich an der Feder liegt, oder an der Tinte, aber, ja, so wirklich freizügig ist er jetzt nicht, natürlich, es könnte auch schlimmer sein, es könnte aber auch durchaus, durchaus auch besser sein, ja. Ja, auf jeden Fall, auch noch einen kleinen Vergleich, natürlich, mit den Tinten selber, ja, haben wir hier einmal, ähm, das Original natürlich, was ich auch betankt habe, das ist hier aus dem Fass, äh, und das Schreibbeispiel ist aus der Patrone, ich muss ja dazu sagen, die Patrone ist ja schon, hatte ich schon so ein kleines, so ein paar Jahre auf dem Buckel, ähm, aber ich denke mal, das wird so viel jetzt nicht ausmachen, ja. Also auf jeden Fall, Lami-Türkis, dann hier ein sehr ähnliches Türkis, M&M-Türkis, was ich mitgenommen habe, aus dem alten Fass, ich vermute mal aus den 90ern, oder sogar noch aus den 80ern, von meinem Kumpel Jan, dann, Daimai Havasu, Daimai Aqua Blue, Rora und Klingner Blumare, Hiroshizuku Ebisu, ja, und dann werden wir wieder ein bisschen dunkler, Pelikan Edelstein Topaz, Kobi Nummer 17 Shioia Blue, dann natürlich, es ist Liebe, es ist Liebe, Pai Roshizuku Konpeki, ich liebe diese Tinte, ich kann es immer wieder nur betonen, Wahnsinn. Dann hier noch, Daimai Florida Blue, und Daimai Assa Blue. So, ich glaube, damit habe ich jetzt, äh, alle, alle Tinten gezeigt, die ich da vergleichen lassen, und, ähm, ja, also, wie gesagt, es ist sogar sehr gut möglich, da muss ich ehrlich sagen, dass, dass ich, dass ich diese Feder im Laufe der Zeit auch austauschen werde, und ersetzen werde, durch eine Goldfeder, ja, die gibt es ja auch einmal in, 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 in normale, hm, also, Stahl, Stahlfarben auch mit Goldanteil hier drin, und das gleiche noch einmal jedem, ähm, eben in schwarz, und ich denke, da kann man den Füller auch noch so ein bisschen, aufwerten, ja, also, weil, dieses, dieses, ich weiß nicht, hört ihr das? Und das ist, und das ist kein Feedback, ja, also, ich muss sagen, da hat, da hat Lamy, ähm, wirklich nachgelassen, in der Qualitätskontrolle, ich weiß nicht, woran das liegt, äh, ob da jetzt, ähm, der Auftrag, äh, die Auftragslage bei denen so, so, äh, so enorm gestiegen ist, dass sie nicht mehr dazu kommen, ordentliche Ware abzuliefern, aber, ähm, ja, es war schon besser, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, Freunde, also, ich glaube, damit bin ich eigentlich durch, mehr kann ich jetzt nicht, äh, nicht sagen, ähm, für die Sammler durchaus eine Investition wert, weil es ist ja immerhin auch eine Limited Edition, äh, äh, wenn auch nicht ganz billig, ähm, für diejenigen, die den Füller auch gerne auch mal benutzen möchten, als ihn nur anzugucken, äh, würde ich auch empfehlen, auf jeden Fall, die Feder, die aufgesteckt ist im Laden, auszuprobieren, und ansonsten halt eben auszutauschen, ne, okay, Freunde, damit bin ich wieder am Ende für heute, ähm, hat euch das Video gefallen, dann gerne ein Like, kommentiert auch gerne, was ihr von dem Füller haltet, was würdet ihr tun, mit so einer kratzigen Feder, einfach austauschen, oder den ganzen Füller zurück, was auch immer, teilt es mir mit, ich bin interessiert, ähm, ansonsten bis zum nächsten Review, Freunde, bis bald, und ciao!